Wir haben in den nächsten Kampfer, der sechs Stück gewonnen hat, das ist der Kampfer im MMI. Begrüßt Ihnen alle, Josef Gruller! Hallo, mein Mann! Sind die alle Stämper, oder? Oder in Rumänien oder so? Gibt es keine Vollstattung oder so? Ähm, wieso hat man sich auf Stichert und der andere einmal gekriegt? Nein, ich meine nicht allgemein. Die ganze Stämper sind die aus Stämperer aus Rumänien. Du, die Stämper sind die ganze Stämperer aus Rumänien. Die sind alle aus Stämperer aus Rumänien. Aha! Ja, oder alles? Ich denke doch, es war 6 oder 1 aus Stichern und 3 oder Kilogramm aus Rumänien. Meine Damen und Herren! In der blauen Ecke! Mit 79 Kilogramm! Er ist 26 Jahre alt, kommt aus Deutschland, hat 3 Kämpfe. Entschuldigung, an zwei Kämpfe, alle davon gewonnen! Sein Kampfstil ist MMA! Begrüßt ihn alle recht herzlich! Alexander Deushaar! Er war schon! Er ist Drei-Medier viel Wald! Ich denke doch skal nicht! Die Ege, aber fliegt das jetzt, dass ich massakiere. Ich spiele das Verlust auf dem jetzt. Die Ege, die Macht, die Funke, die Schmerzen, die Hand zu beschaffen. Und mich in die Welt, und auch noch in die Welt. Verdeckte, du bin jetzt auf! Ab, die Kinder! Ab, die Kinder! Verdeckte, aber auf die Welt gehen. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.